Hallo Rico, willkommen zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio Del Revolucion. Mario sagt, du hast Fuhrmaneia zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Yo, und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Just Cause 3, zu meinem fünften Teil inzwischen. Und das Kraftwerk Vis Electra haben wir doch schon zerstört. Jetzt frage ich mich gerade, warum die uns gerade nochmal gesagt hat, wir sollen das zerstören. Moment, ich fahre mal kurz auf die Karte. So, Vis Electra haben wir doch hier. Basis befreit. Komisch, die meinte gerade doch am Anfang, viel Spaß beim Zerstören von Vis Electra oder so ähnlich, aber wir haben es ja schon zerstört. Ah, nochmal auf die Karte, dann gucken wir gerade mal, was wir jetzt als nächstes machen. Hier sind wir. Was ist das? Maneya. Militäranlagen. Komm, wir fahren mal zu Maneya. Wegpunkt setzen. Und gucken mal, was da so abgeht. Weil, wie es ist, Electra habt ihr ja gesehen. In meinem vorigen Teil haben wir ja befreit. Haben wir ja alles zerstört. Ui, komm, wir kommen durch. Sehr schön. Fahren wir mal direkt nach Maneya und gucken mal, was da Sache ist. So, noch ein Kilometer. Ach, da vorne ist es ja schon. Ups, sorry. Tut mir leid. Da vorne ist ja schon das schöne Städtchen. Fahren wir direkt mal hin. Ah, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich springe mit meinem Fallschirm ab. Sehr nice. Perfekter Parkplatz. Willkommen in Maneya. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kann dir also zeigen, wie die Ravello diese schöne Stadt zugrunde gerichtet hat. Wer seine Kinder liebt. Ah, diese Stimme. Bringen sie zum Schweigen. Aber meine Liebe zu euch. Was spricht ihr her? Die Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Okay. Was müssen wir diese Stationen hier zurückerobern? Die Polizeistationen. Das sehe ich auch schon so einen ganz schönen Tank. Ich probiere mal was. Ich ballere einfach drauf. Ups. Nein. Ich wollte immer mit rechts ziehen. Ich habe schon seit ein paar Tagen jetzt nicht mehr gespielt als Just Cause. Das ist immer ganz schön übel zum Reinkommen. Und los geht's. Mehr Männer, mehr Männer. Mehr Männer, mehr Männer. Krong. Dieser Krong. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Nein. Ich gehe mal ganz hoch hier auf das Dach. Das brennt ja immer noch nicht. Hahaha. Dieser Krong. Komm, ich gehe mal da hoch. Das ist keine Polizier. Das sind die Ravellos-Schläger. Brutal und dumm. Was geht ab? Wie ist das die Kamera so verwandelt? Ah, jetzt geht's wieder. Halt. Hier, Waffen. Ich habe doch gerade irgendwo Waffen gesehen. Boom. 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 Alter, wer schießt da auf mich? Also auf jeden Fall zerstören wir jetzt erstmal diese Polizeistation hier. Er hatte keine Chance. Er hatte keine Chance. So sieht's aus. Aktivieren. Wow, wow, wow. Boom. Das waren wir auch gleich an den Arsch. Das sind Sendemasten oder was das ist. Zwei auf einmal. Wow. Alter, wie viel da kommen. Tausend Stück, tausend Stück. Junge. So, einen noch. Boah, wir müssen Deckung, 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 Deckung. Alter. Rüber, 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 rüber. Ich gehe mal kurz hinter diese Mauer hier. Und ich gucke mal, was für Waffen hier haben. Ich nehme mal meine andere Waffe. Schönen Raketenwerfer. Ah. Nein, was mache ich denn? Ist doch hoch, hoch, hoch. Und. Boom. Boom. So ist nämlich aber wieder der andere. Och, Munition ist alle scheiße. Wo war denn hier der Waffenschrank? Wir haben doch gerade irgendwo Waffenschrank gesehen. Äh, wo war der, wo war der, wo war der? Hier. Munition kann man nicht in den Karten. Ja, ja, ja. Nimm den mal, was nehmen wir uns? Äh, ja. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. So, Gegners. Wo sind die Gegners? Das sind ja meine Leute, die mir helfen. Zusätzliche Wohntruppen sind schon unterwegs zu euch. Ich gehe mal noch hoch. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Hehe. Der Kronkstimme ist so geil, ey. Ich muss jedes Mal voll grinsen, wenn ich den höre. Was ist denn was für ein Ding? Boom. Boah. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Yes. Der hat gesessen mit meinen Freunden. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Kommt doch, kommt doch. Alle Einheiten in Alarmbereitung. Oh, hier ist noch einer. Sieht Kontakt wiederherstellen. Eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position. Fuck, ich brauche eine andere Waffe. Boom. Boom. Eigentlich eine Rakete haben wir noch im Petto. Ach komm, wer es so Spaß macht. So, und du? Haben wir es geschafft? Komm, ich gehe mal nochmal da runter. Hier sind noch welche. Zack. Yo. So, wie viel haben wir denn letztens noch? Weg, 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 weg. 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 Oh, Junge, Junge, Junge. Das war knapp, ey. Ah, die Waffe ist auch in die Kacke. Ich gucke mal, dass ich von oben runterballern kann. Ach, die Waffe ist einfach scheiße für, ähm, für diese Entfernung. Kein Problem. Hier ist noch einer. Und, hier haben wir noch ein paar. Oh, Luftunterstützung schon wieder. An, einen noch. Wir brauchen wirklich Positionen. Hier war doch nochmal so ein Waffenschrank. Da gehen wir jetzt auch nochmal direkt hin. Aber da haben wir auch nichts mehr. Doch. Wir nehmen mal... Das Teil hier. Wäre gleich Computer oder ein Helikopter, glaube ich. Und die Schrotz und die tauschen auch um. Gegen. Oh, fuck. Alter. Weg, weg, weg. Fuck, Mann. Wir brauchen unbedingt eine andere Waffe. So, den hatten wir auch. Puh, jetzt geht ganz schön ab hier. Ich gucke jetzt mal hier vorne. Was hier vorne noch los ist. Noch mehr Bodentruppen. Oh, da sind noch welche. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Boden, Team. Durchhalten, Boden, Team. Volltreffer. Da kommt schon wieder einer. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Achtung. Helikopterunterstützung nährt sich eurer Position. Oh, Helikopter. So, dann nehmen wir uns direkt mal. Ne, wir haben ja schon den... ...Raketenwerfer. Sichtkontakt wiederherstellen. Wow. Wer hat denn das runtergeholt? Krass. Los, finde den Rebell. Er darf nicht entkommen. Alter, ich muss hier nur lachen, ey, wenn ich die Stimme höre, ey. Scheiße. Was nicht heißt, dass sie schlecht ist. Wow, wow. Fuck, fuck. Weg, weg, weg. Macht der Sache ein Ende. Wir müssen jetzt erstmal kurz ein... Nein, was mache ich denn? Erstmal kurz in Deckung. Nachladen. Bisschen Mund einsammeln. Alter, was geht denn hier ab? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Was war das jetzt gerade, ey? Ach, hier ist der Hubschrauber. Okay, gleich mal eine andere Knarre nehmen. Fuck, wir brauchen irgendwie einen Raketenwerfer. Ich dachte, wir hatten noch einen. Jetzt haben wir einen. Wo ist er? Wo ist er? Oh, der ist abgestürzt, so wie es aussieht. Oder? Die Musik wird leiser. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? Ja, nicht schon wieder ein Helikopter. Wie viele noch? Ich gebe jetzt mal nochmal eine andere Waffe für die kleinen, für die kleinen Leute hier. Fuck, 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 fuck. Andere Waffe, andere Waffe. Andere Waffe. Immer wenn ich ihn abgedeilt will, wir schießen dann niemand anderen. Schießt niemand anders ab. Wie viele noch? Was müssen wir denn noch zerstören? Fehlt uns hier vielleicht noch irgendwas? Komm, wir gucken mal. Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen zu zerstören. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Das fühlt sich gerade so an, als ob das unendlich jetzt so weitergeht. Aber das kann ja nichts sein. Also hier haben wir nichts. Gucken wir mal da rüber. Hier ist auch nichts. Kommen wir hier vielleicht rein? Nein. Da oben waren wir auch schon am Anfang. Die Antenne vielleicht zerstören oder so? Nö, das bringt nichts. Okay. Hier kommen wir auch nicht durch. Hm. Die Frage ist jetzt, wir müssen noch irgendwas zerstören, denke ich doch. Oder müssen wir einfach nur die Angriffe abwählen. Solange bis es vorbei ist. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Da ist eine andere Waffe raus. Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Achtung. Wir schicken Panzer zu eurer Position. Schon wieder Panzer. Oh, weg von hier. Weg von hier. What the fuck. Wir müssen jetzt die Panzer zerstören. Oh. Helikopter. Und nochmal einer. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Wie lang geht denn das hier jetzt noch? Wow, da ist ein Panzer. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Nein. Und? Kriegen wir den überhaupt kaputt? Das ist die Frage mit unserem... Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Oh, der wäre ja nice. Habt ihr den gesehen? Im Stoßflug noch abgefangen irgendwo. Ey, die Frage ist echt, wie lang das jetzt hier noch geht. Wo ist das der Panzer? Oh. Ey, die Schrotzflände sind echt kacke auf Entfernung. Schon wieder Panzer, ey. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Wow. So, andere Waffe nochmal nehmen. Für den Panzer. Ach, wir haben keine... Munition mehr. Hier ist auch kein... Nichts mehr. Aber wir haben ja noch Granaten. Oh, verstehst du der Typ eigentlich hier die ganze Zeit? Achso, hier unten. Hier sind auch noch welche. So. Eins, zwei. Wow, 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 wow. Bisschen weg von hier. Nicht, dass hier alles in die Luft fliegt. Ja, was hab ich gesagt? Crazy, crazy. Leck. So, jetzt gucken wir mal was. Der steht immer noch irgendwie da und schießt gegen die Wand. Ähm... So, jetzt gucken wir mal weiter. Boah, die scheiß Panzer. Fuck, was machen wir denn nun? Fuck. Ich Idiot, war zu langsam, ey. Scheiße. Mann, 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 Mann. Die Frage ist, ob wir da noch irgendwas zerstören hätten müssen oder ob wir nur die, ähm... Angriffe abwehren hätten müssen, eine gewisse Zeit lang. Das weiß ich nicht. Mir kam uns das gerade irgendwie so unendlich vor. Also... Und nun, was sind wir jetzt? Was ist los? Komm, wir gucken mal auf die Karte. Wir gehen nochmal nach meiner... Ach, hier steht ja, was wir zerstört haben. Zwei von drei Lautsprecher. Aha! Dann gehen wir das gleich nochmal hin und zerstören den Rest. Jetzt blick ich das. Ich dachte mir, wir müssen die ganzen Angriffe abwehren, aber die... Wahrscheinlich sind die nur so lange, die Angriffe, bis wir alles zerstören. So, das weiß ich auch, wie es weitergeht. Und dann werde ich auch einen ganz kleinen Cut hier an der Stelle machen. Danke fürs Zugucken und man sieht sich beim nächsten Video. Haut da rein! Peace!